Ok, wo müssen wir überhaupt langen? Hier dann! Ich hab ein Fahrstuhl gefunden! Krippe hier hoch! Hey! Was bist du denn jetzt? Warte doch mal! Hm, warte! So! Warte mal! Ah, gut! Dann haut doch ab! Ach egal! So! 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 ... ... ... ... ... Ja, hier unten ist erstmal alles tot. Ah, Gott mir geht langsam echt die Muni aus für alles. Bei so einem Munitionsstein hätte ich jetzt nichts ergeben. Boah, ja. Das würde ich auch nehmen, da in der Zeit sterben. Boah, wieso kommt aus den Kisten meist nur Geld raus? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist alles was hier liegt Erstmal mit Muni Jetzt blinkt da So, einen Moment bitte So kurz gehen So kurz gehen Lalalalalalalalalala Sag, wann du so weit bist Ja Jetzt gehen wir los Okay, sie kommen Oh Ah, fuck it So Sehr schön Mit Pfeil und Bogen erschossen Wieso fällt der nicht auseinander und gibt uns eine schöne Waffe Oh, es ging jetzt hier, die Schlacht hier drinnen war gerade einfach, fand ich Ja, vielleicht etwas zu easy am Ende des Tages Die böse Überraschung kommt noch Sowieso Jetzt überzweifelt niemand Das ist ein Kaninchen im Haus Ich werde davon gucken, wo kommt das Kaninchen her Ich werde erst mal auf die andere Seite gucken, hier Ja, rennt auch nicht einfach, ich muss auch erst mal gucken, wo es hier noch so liegt Nicht nur du Granaten Granaten, Alter, ich hab Granaten? Wie löse ich Granaten aus? Die Granaten? Ach nee, jetzt weiß ich für was die Granaten sind Aha So Küste, Küste, Küste Können hast du es hier Ja, jetzt geht es nicht mehr Ja, jetzt geht es nicht mehr Das ist Kesta Okay, wo ist die Prost? Ich nehme das hier Ich binということで Wir haben hier lang in dieser Flitte Ich habe das quer auf diene Schuze Wie würde wir- Ich wirklich möchte ein Schaaf Ich 好ة Ich liebe Tee, okay? Wait Du hast hier tea? Wo die hell hast du Chäaf? Zilla kennt hin Das ist eine der Herbes Posst du den Kettel auf? Ich denke, ich glaube nicht, wir haben Zeit für das Wo waren deine Noten? Wenn ich dich erzähle, würde ich mir eine Teile machen? Nein! Ich bin zufrieden, ich bin dein Personal Valet. Wo sind deine Noten? Ich habe sie zu Zing, um zu verabschieden. Zing? Wie, Head in a Box, Zing? Du kennst jemand anderen Namen Zing? Er ist die einzige Person mit einer Honour in Zilla's Organisation. Die Person könnte es strechen. Aber du machst ein faires Punkt. Wait, du kennst ihn? Du kennst ihn? Wir treffen uns eine lange Zeit vor. Bevor er auf TV war. Ich habe nie gedacht, dass er zu arbeiten für Zilla war. Hey, du hast es. Ich habe es. Wir alle machen unsere Entscheidungen. Okay, so. Lass uns die Big Luck sehen. Was für meine Teile? Keine Zeit, jetzt. At least bringe es mit dir. Vielleicht Zing will ein Kettel. Oh, und wir sollten meine Karte bringen. Sure. Otherwise, wie würden sie wissen, wir besuchen? Du denkst, ich bin ein Idiot? Das ist die Karte, ich habe. Full access, full anonymity. Okay. Das ist unglaublich. Und pioneering Chi-Tech ist nicht? Ich kann nicht mit dir gewinnen. Hm. Du musst nicht versuchen. Echt mal, darf die Frau nicht mal ihren Tee kriegen? Ist aber nicht nett. Ich würde jetzt auch gerne einen Tee. Nee, gibt's nicht. Ich nehme die Schlüsselkarte mit, Junge. Das haben wir wieder alles nur du machen. Ja, gleich erstmal hinten hier noch das Geld einsammeln. Ein bisschen Kleingeld da. So. Alter, wollen wir den Fernseher mitnehmen? Ja, da hinten ist noch ein Gegner. Wollen wir den mal noch? Ja. Du musst halt eine Etage wieder runter. Ja, ja. Der ist neu eingezeichnet. Ja, natürlich, weil wir jetzt ja auch wieder... ...wann zu tun haben. Wo ist hier diese Kiste? Es soll irgendwas für mich sein, aber ich find's gar nicht so doof. Das ist so dumm. Hier ist irgendwo eine Kiste oben. Ja, die ist oben. Und auch nimm doch einfach den Fahrstuhl. Nee, das funktioniert nicht. Natürlich funktioniert das. Geh doch mal auf die andere Seite rüber. Auf die andere Seite. Hier ist der Fahrstuhl. Ach, wirklich. Hab ich nicht gedacht, wenn du das mir nicht gesagt hättest. Den Fahrstuhl habe ich ja nicht gesehen. Hab ich gedacht. Ach, bisschen Anti-Aggressionstraining. Oh, hier lag mal was. Oh, das war an. Was hab ich jetzt? Oh, ganz hab ich. Was hab ich devastiert. Oh, was hab ich denn. Was hab ich denn das? Oh no, ich bin... Was ist denn? Was ist denn? Oh mein mein immer diese Möchtegern-Roboter, die denken, sie wären was. Jetzt einmal aufmucken können, weißt du? Das ist immer so schlimm mit denen. Wieso hüpft die Kaninchen rum? Was ist falsch mit denen? Was ist falsch mit dem Kaninchen hier? Das ist falsch damit. Was ist das gerade angegriffen? Das war ein Hasenfürst, alter. Das habe ich gesehen, ich kann lesen. Arme Kaninchen, Ruhe in Frieden. Das kriegst du nicht so an, das kannst du mal so kleines Tier tot machen. Da hast du jetzt davon, ne? Unterschätzt die Tiere hier nicht da. Das ist ein großer Fehler, alles und jeden hier zu unterschätzen. Das ist weit zu hart. 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 Das ist weit zu hart.